ja halli hallo liebe fabrikfreunde ich bin's attention und heute spielen wir endlich mal wieder vektorio so lang ist es her so lang ist es her das letzte mal am sonntag und das muss einfach aufhören das muss viel schneller gehen viel öfters nein nein okay passt auf ich habe jetzt die ganze weile hier im spiel verbracht und habe mal ein bisschen geschaut was ich denn jetzt forschen muss weil ich wollte ja eigentlich anfangen diese krassen schaltkreise zu machen und zwar müssten die ja eigentlich jetzt habe ich natürlich wieder komplett durch den wind und weiß wieder nicht wo das ist diese elektrische erweiterten elektrischen schaltkreise machen weil die brauchen wir ja um quasi die nächsten wissenschaftspakete zu bekommen ich habe ewig gesucht und suche wahrscheinlich immer noch ich habe echt keine ahnung bei der forschung gesucht und da ist mir etwas aufgefallen und zwar dass die forschung hier irgendwie gar nicht weitergeht und ich weiß gar nicht wann das passiert sein soll aber dieser tunnel ist falsch rum das eisen kommt da oben nicht an ich habe keine ahnung wann ich das gemacht habe das hat vielleicht mal irgendjemand ja genau das hat in den kommentaren von der kommentierfolge hat jemand gesagt dass meine munitionsfabrik still steht weil da irgendwas falsch gedreht ist gut dass wir das jetzt hinbekommen haben denn hier fehlen nämlich gerade die grünen die eigentlich oben produziert werden sollten kommen wir hier natürlich nicht viel machen weil ich war schon überlegen ob ich hier vielleicht mal labortechnisch ein bisschen mehr aufstelle aber ja bringt nicht viel wenn wir keine grünen wissenschaftspakete haben bisschen schade dass ich jetzt hier keine habe wieder überlegen ob ich vielleicht noch eine montage maschine baue oder wenigstens mal die montage maschine upgrade damit es ein bisschen schneller geht oder einfach zwei davon hin bauen wobei ich habe ich auch nur eine fabrik ja rüsten wir beide einfach mal auf rüsten wir beide ein bisschen auf dann kriegt man das schon hin so dauert ein kleines bisschen so wie es sie endlich wird wieder weiter geforscht sehr schön das heißt wir müssen mal schauen wie wir das ganze überhaupt angehen so machen wir erstmal hier schön verschnellern und ja ein bisschen sinnlos jetzt hier ja okay fertig gut wir müssen schauen wie wir das jetzt angehen weil ja wird halt ein bisschen dauern jetzt alles hinzubekommen wir brauchen ja und das ist nämlich das was ich ewig nicht gefunden habe und wahrscheinlich auch nie finden werde ich muss ja hier die ganzen sachen muss ich herstellen was ich dafür brauche ist zum beispiel auch carbon und carbon muss ich auch noch mal erforschen muss sehr viel erforschen bevor ich überhaupt das anfangen kann ja alles zu machen aber was wir brauchen ist eine leiterplatte leiterplatten sind die und für eine leiterplatte brauchen wir phäno platten kupferplatten zinnplatten und eisenchlorid lösung die eisenchlorid lösung habe ich bis jetzt noch nicht gefunden aber ich glaube die ist bei der elektrolyse drin aber keine ahnung da muss ich da noch mal genau schauen die phäno platten die könnte ich theoretischen herstellen das nämlich die die brauchen das holzbohlen und harz und das glaube ich werden wir jetzt mal angehen ein bisschen ja übrigens da drüben wird auch rumgeballert und ein knickerarm ist kaputt gegangen das war das war vor uns in der bevor ich aufgenommen habe habe ich das auch schon gesehen alter die mir richtig ordentlich schaden reingedrückt wir brauchen noch mehr abstand guck mal hier stehen die hier oder das sind in dessen beiser und das dahinten sind glaube ich die spucker das sind die spucker hier hinten und ich schießen von da bis hier rüber und machen sogar noch dinge kaputt ist ziemlich kacke übrigens hat mir jemand mal gesagt wo die reparaturkits sind die sind nämlich hier unten die sind hier unten liebe leute in der basic ganz unten bei yuki aber ich kann die nicht bauen habe ähnlich die mittel dazu was sie auch bauen könnte wäre hier mal ein bisschen reparaturkits habe ich noch welche einstecken nein weil die fressen sich halt sehr schnell weg beim reparieren wie man sieht so hat nicht gereicht um die zu reparieren so jetzt ist fertig wir brauchen echt noch mehr verteidigung ja wir brauchen um einiges mehr verteidigung da irgendwann mal so jetzt aber holz und für also holz ich brauche phäno platten das heißt ich muss daraus platten machen also so eine holzbohlen und auch ein bisschen harz so die frage ist wo machen wir das alles also hier unten ähm wollen wir ja zinn rausholen ne warte mal blei kommt doch da raus oder ich bin ich blöd da kann doch blei raus blei okay ähm das sollte ja eigentlich für die ähm lötplatten später sein ne für die lötplatten war das doch irgendwo so zinn ich brauche zinn leute hatte ich das nicht letztens schon irgendwo mal gesehen gehabt das gar hier ist doch zinnerz sehr schön also könnte man hier doch ganz gut was machen also hier könnte ich zum beispiel mein harz und meine platten herstellen wir machen das mal ganz billig ich muss das wahrscheinlich später noch mal umbauen was das sind ja bürger okay ich muss das später wahrscheinlich noch mal umbauen aber ich möchte es gerne erst mal so also ich würde das schon gerne hier quasi in dem bereich alles bauen und zwar so dass es dann auch eine ganze weile dort stehen bleiben kann und deswegen ähm schaue ich jetzt mal kurz ungefähr so glaube ich so wir bräuchten mehr greif arme und dann würde ich nämlich hier sowas bauen und zwar würde hier müsste jetzt das ist gar nicht hier wo finde ich denn jetzt das harz zeug hier harz so du stellst harz her man ist das flüssig nein das ist glaubt ne ist nicht flüssig das ist einfach auch nur dings okay sehr schön dann kriegen die kamen hierhin hm ich frag mich gerade brauche ich das ein einzelband oder soll ich ein doppelband draus machen da muss ich noch mal schauen also hierfür brauche ich harz und harz äh harz und holzbohlen aber ich glaube das harz brauche ich irgendwo anders auch noch mal hm ähm phänoplatten da 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 kupferkabel lötmittel wobei es nicht so aussieht als ob ich es noch mal irgendwo bräuchte eigentlich nur für die phänoplatten so wie es aussieht momentan sieht es so aus ach moment hier oben hier oben ne zitium waffeln auch nicht hier brauche ich noch mal harz okay dann können wir es gleich getrennt machen oder wir lassen es weiter laufen später hm ach komm machen wir erstmal ein äh ein eins was zusammen geht also sprich hier kommt dann so ein kabel hin kommt natürlich die knickarme hin wobei ich jetzt noch nicht genau weiß die holzbohlen wo stellt man die her hier nicht stellt man den holzbohlen her bei bobs materialien bei zwischenprodukten ahahaha wo und dann wo auch sonst wo auch sonst so und so bisschen strom dazu wobei ich mich ja langsam kümmern sollte ähm äh nicht mehr diese strommasten zu verwenden wobei ich immer noch ja ich finde die jetzt sehen jetzt nicht so schlimm aus und ich habe noch haufen einstecken aber ist okay ich werde versuchen mich gleich daran zu halten und mittelgroße strommasten herzustellen und die jetzt auch zu verwenden weil wie man sieht passt das ja hier trotzdem ganz gut weil die kann man hier direkt reinsetzen und schwupp ist alles verbunden so die stellen das dann her und dann haben wir das schon mal und das wird dann irgendwo hingeführt und rein theoretisch ähm kann ich daraus jetzt schon mal Phänoplatten na herstellen glaube ich ja Phänoplatten könnte ich jetzt schon herstellen sehr schön also boom und noch mal so eins erstmal alles mit ganz billigen Sachen wie gesagt das muss ich vielleicht noch irgendwann umstellen da bin ich mir noch nicht sicher ich habe hier unten nicht keinen platz mehr die mache ich mal weg dafür mache ich die hier rein so mache ich jetzt einfach mal ganz ja wo mache ich das am blödsten bin ich dann überlegen ob ich das hart sich doch woanders hinsetze äh doch als extra band mache oder ich mache es hier so hin so dann der holt sich das rein und dann machen wir halt daraus unsere schönen Phänoplatten die wir hier finden so die forschung ist fertig sehr schön und jetzt kann ich nämlich mal schauen also wir haben Elektrolyse aber was ich gerne machen würde ist eigentlich die Chemie ähm war das nicht das war gar nicht die Chemie wo ist denn das jetzt hin gerutscht hier ist es doch Chemie hier ja Chemiekeienverarbeitung würde ich gerne machen ähm da gibt es nicht das Carbon das brauche ich auf jeden Fall später und der chemische Ofen ist auch da also machen wir das mal schnell so wir haben jetzt also unsere Phänoplatten ähm ja fehlt uns ja bloß noch Zinnplatten Kupferplatten und Eisenchlorid mit Eisenchlorid habe ich echt noch keine Ahnung wo ich das herkriegen soll Leute oh das äh das war glaube ich bei äh und wir haben das glaube ich schon erforscht ich glaube das könnte Elektrolyse sein ich bin mir nicht sicher aber das was ich jetzt erforsche braucht bis 25 rote also das wird hoffentlich recht schnell fertig sein dann machen wir mal Elektrolyse ich bin mir echt nicht mehr ganz sicher wie das war deswegen lasse ich das aber ich glaube wir müssten da echt mit Elektrolyse irgendwo arbeiten damit das hinhaut ja 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 also kann ich jetzt gerade gar nichts viel machen außer noch ein bisschen Zinn abbauen das können wir eigentlich schon mal vorbereiten die Frage ist auch wo wenn wir die Fabriken so hinstellen wir haben ja ja so viel Platz also wir brauchen glaube ich dann nachher für das Chlorid und so brauchen wir viel Wasser wer kommt denn hier diese ganze Chemikalien Sache hin mal schauen und die Phänoplatten müssten dann glaube ich auch dort rüber äh ja eigentlich nicht eigentlich geht ja nur um die Leiterplatten wobei die Eisen-Glorid-Lösung äh holen wir mal das Zinn da hoch wir müssen ja hier irgendwo erstmal Zinn braten damit wir auch schon mal Zinn kriegen jetzt habe ich natürlich kein Eisen mehr muss also leider nochmal zurück zur Basis aber wir haben ja hier ein schnelles Transportmetall so dann holen wir uns noch ein bisschen Eisen aber schön dass die Forschung wenigstens weiter geht mittlerweile aber habt ihr gesehen wie viel die ähm wie viel Schaden die Gegner schon gemacht haben da bin ich mir echt nicht so ganz sicher ob das was wir hier so machen ob das alles so richtig ist ob das alles so richtig ist ich weiß es noch nicht genau puh wenn da nochmal welche so durchbrechen oder halb durchbrechen dann wird das böse dann wird das böse für uns enden so der ähm wird noch gebastelt dauert noch ein kleines bisschen wir können ja nicht mal schauen ob ich nicht schon irgendwie doch Strom anschließen könnte mhm sieht ein bisschen blöd aus aber okay huch so dann kann der ja schon mal Szenoplatten machen wo ich das dann rauswerfe weiß ich noch nicht genau ich weiß nur dass ich irgendwo nochmal ein bisschen Harz brauche deswegen bin ich noch nicht sicher ob ich das so mache mhm dann würde ich nämlich den Harz irgendwie weiterleiten woanders hin müssen wir da mal schauen so hier machen wir uns ein bisschen Kupfer schauen wir mal wo es beste Möglichkeit ist die scheint wirklich hier zu sein mit 125 so 125 wollen wir das direkt in den Ofen schmeißen direkt brennen weil ich glaube das Erz brauche ich eh für nichts anderes dann kann ich auch gleich den mal schauen ob das funktioniert so würde mich echt mal interessieren mhm und das kommt dann da rüber da müssen wir ja noch ein unterirdisches Fließband machen das wurde übrigens wieder angegriffen gerade das gefällt mir echt nicht ich kann kein unterirdisches machen warum machen wir für ein Stein zum Glück haben wir hier gerade Stein dann 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 wie viel brauchen wir denn ok es hat schon gereicht sehr schön gut mhm so einfach hier so durch erstmal ich weiß ja noch nicht genau ach war wieder falsch gewesen muss tatsächlich näher ran weil ich brauche ja hier noch ein Stückchen und ein Knickarm jetzt bin ich ja mal gespannt ob ich das ah ok das hat sich schon mal hingehauen so Elektrolyse werde ich jetzt noch reinhauen weil da können wir hier nämlich mit Elektrolyse und so können wir vielleicht dann was machen das was ich dann suche ok dann hier würde ich eigentlich gerade Strom hinsetzen das ist das falsche Stromding wir sollten das hier vielleicht mal ein bisschen sortieren so das hauen wir einfach weg also ich habe so viel noch einstecken davon naja so dann machen wir so und dann schauen wir einfach mal ob es funktioniert ja es funktioniert und dann haben wir jetzt hier unsere Zinkplatten die wir noch brauchten für ich glaube das war für die Leiterplatte Zinnplatten sind das und das ist Zinn genau passt so fehlt eigentlich bloß noch Kupferplatten die könnten wir uns eigentlich hier herstellen lassen das hatte ich glaube ich auch vor dass ich mir die Zinnplatten hier herstelle genau wie später ein paar andere Sachen wie zum Beispiel Batterien wo gab es denn hier Batterien irgendwo gab es so Batterien ah ne ne nicht hier genau Kunststoff würde ich mir noch herstellen lassen hier so aber dafür brauchen wir jetzt eigentlich bloß noch Kupferplatten und Zinnplatten könnte man könnte man eigentlich hier mit einem mit einem dieser schönen Generatoren hier die wir ja besitzen ach Mist das müsste auf die andere Seite schade dann hier auf das Doppelband machen quasi so jetzt habe ich echt kein Fließband mehr alter ist schon wieder alles ausgegangen was fehlt denn jetzt schon wieder Stein ja Stein ist halt wirklich eine krasse Ressource irgendwie die wirklich oft gebraucht wird so und hier müsst ihr dann Kupferplatten herstellen kostet natürlich auch wieder ein bisschen Strom so wie kann man das machen damit es relativ gut aussieht so so und der macht dann eine Kupferplatten haben wir schon mal nochmal Kupferplatten parat ok das haut alles schon mal hin hier wird eh alles dann irgendwann volllaufen mit 200 Zinnplatten und hier wird auch volllaufen dann wird er hoffentlich nichts mehr herstellen wobei der glaube ich auch bis zu 200 hoch geht oder so wenn ich das in richtigen Erinnerungen habe so dann schauen wir mal kurz ob wir jetzt hier in der Chemie haben wir ein bisschen was bekommen ok was es mir gibt ist es nämlich um Bobs Flüssigkeiten und bei Bobs Flüssigkeiten ist so gut wie nichts drin und das ist glaube ich so das Problem deswegen möchte ich gerne eine Elektrolyse haben weil die gehört glaube ich auch zu Bob und da finde ich dann hoffentlich das Zeug was wir aber auch noch brauchen ist das Carbon und da wo ist die Frage jetzt die Frage hier ist Carbon da brauchen wir Kohle und sauberes Wasser und wird da unten hergestellt in ich glaube das ist tatsächlich der chemische Ofen gewesen so wir haben Elektrolyse fertig was gibt es denn wenn wir Elektrolyse 2 erforschen Salzwasserelektrolyse gibt es hier ich bin mir nicht sicher ob wir das nicht auch brauchen ne ich glaube nicht ok dann frage ich mich gerade was wir als nächstes machen Kunststoffstangen brauche ich erstmal nicht ich glaube ich werde und das ist jetzt nämlich eine sehr interessante Sache hier gibt es nicht zur Auswahl das was ich eigentlich gerne forschen möchte also ich weiß nicht ob es an den vielen Mods liegt dass das dann einfach nicht mehr durch dass das dann einfach total durcheinander ist aber wenn ich jetzt runter gehe und schaue mir hier zum Beispiel mal hier Verteidigungstechnik 2 an ja da brauche ich Verteidigungstechnik er ist verfügbar zum erforschen aber es ist nicht zum Auswählen da ich habe keine Ahnung weil da finde ich dann meine billigste Rüstung wenigstens eine Rüstung schon mal keine Ahnung warum man das noch nicht gesehen hat so Elektrolyse ist fertig und Bob Süßigkeiten da ist so ein bisschen was dazugekommen aber auch nicht das was ich brauche wo kriege ich mein mein komisches Chlorid was war das nochmal für ein Chlorid das war Eisenchloridlösung oh ging aber schnell die Forschung da hauen wir die auch nochmal hinterher die Eisenchloridlösung ich habe echt keine Ahnung hier ne es ist Lava Schmiermittel Festbrennstoffe Luft und Sauerstoff da greifen sie rechts schon wieder an Schwefel Schwefel ist alles Schwefel Zeugs Stickstoff ich weiß echt noch nicht genau wo ich das erforschen kann gebe ich ehrlich zu ich habe echt keine Ahnung und das ist ein bisschen blöd weil da muss ich dann echt noch ein bisschen Offscreen nochmal suchen und dass ich das finde wo man das herstellen kann war ja gut hier bei Oyooki und so brauche ich gar nicht das schauen was wir aber auf jeden Fall machen könnten wäre ja schon mal das Carbon da brauchen wir einen chemischen Ofen der muss natürlich bei Bobs na wo ist hier Bob Ditech Machines Bob Machine das ist wahrscheinlich einfach hier Schmelzofen Small Kühler wo war denn die ja da unten ist der Elektrolyter es gab da auch diese Schmelzöfen die Frage ist nur wo ja Leute ja ihr kennt mich ja das tut mir jetzt schon wieder leid dass ich hier wieder suchen muss aber wie soll ich sonst anders machen Energie aber das kann doch nicht bei Ditech sein das ist doch ein Bob Ding warum finde ich das bei Bob nicht hä bin ich blöd nochmal hier Carbon wird hergestellt in und diesen chemischen Ofen die Sache habe ich doch gerade erforscht oder etwa nicht Moment wir schauen nochmal hä wo ist denn jetzt das Chemie Dings hin irgendwie habe ich echt das Gefühl da sind ein paar Sachen einfach so verschwinden ich schaue nochmal hier unten wir haben nämlich das hier erforscht ne benötigt für Fortgeschrittene die ist noch gar nicht verfügbar aber ok dann was Elektro Elektro Dings hä wo ist denn jetzt das Elektro Ding Elektrolyse Wasserreinigung Chemie Elektrolyte Ach die ist verfügbar hab ich noch gar nicht gemacht hä hab ich die nicht schon gemacht hä die hab ich doch von uns gerade erforscht what the fuck bin ich blöd was hab ich denn gerade erforscht gehabt sag mal ok dann muss ich das doch nochmal machen na gut dann mach ich es jetzt nochmal eben ich hab das Carbon gemacht ne das Carbon aber was war denn das was ich da machen musste also ich man blickt hier doch noch also nicht so gut hin also man blickt hier nicht mehr so schön durch wenn einfach so viel Sachen da sind äh Multiplay hat das ja der Oldboy immer auch gemacht bin ich ihm sehr dankbar für dass er das immer gemacht hat jetzt muss ich das hier machen und das ist ein bisschen schwieriger hä wo ist denn das wo ich dann wo man hier Carbon herstellen konnte soll ja angeblich schon fertig erforscht sein aber hier finde ich es natürlich gerade nicht war ja klar dass ich das jetzt nicht äh bei den fertigen Produkten finde Mist das ist nicht schön Leute das ist nicht schön sowas wenn hier Sachen auf einmal weg sind hier ist es nochmal hier ist es nochmal verfügbar aber ich achso hab ich ja schon angeklickt jetzt ok na dann lassen wir mal Elektrolyse durchlaufen mal gucken wie das dann wird ich hätte jetzt echt mal gern Carbon gebaut aber da brauche ich wirklich diesen ähm na ihr seht ihr da unten das sind Extraöfen sind das hm da habe ich den einfach nur übersehen wir schauen nochmal komplett alles durch außer natürlich Jooki ist eigentlich ein bisschen sinnlos da reinzuschauen hier gibt es keine Öfen hier auch nicht hier auch nicht hier gab es hier Electric Furnace Flüssigkeiten wärmer was ist das ach hier ist er doch der chemische Ofen mir fehlen halt bloß irgendwie ein paar Steine also hören wir uns jetzt mal ein paar Steine äh also Ziegelsteine das sind schon gebrannte Sachen ist immer gut sowas zu haben so wo haben wir es gebrannte Steine die werden hier quasi gebrannt hätte ich gern mal welche komm schon ach du Scheiße das wird ja ewig dauern wenn ich die habe vielleicht sollte ich ja öfters mal ähm einfach ausmachen und können wir eigentlich auch ausmachen weil ähm normale Mauern werden eh nicht mehr verbraucht also wir haben jetzt so viel Sandmauern wir haben jetzt 400 Stück schon so einen chemischen Ofen habe ich auf jeden Fall das heißt ich kann das hier machen ansonsten würde ich hier wahrscheinlich tatsächlich meine Kiste basteln so wir haben ja hier schon eine Kiste Knickarm dran und dann bauen wir da einfach Ziegel rein das ist gut dann haue ich hier nochmal die Mauern rein auch die kaputten wobei die kaputten ein bisschen sinnlos sind kontraproduktiv aber okay so der chemische Ofen der braucht nämlich äh gewissen Eingang und zwar äh Wasser er braucht sauberes Wasser so wie ich das mitbekommen habe und er braucht Kohle äh wenn ich Carbon machen möchte und das ist ein bisschen schwierig denn ja Kohle und Wasser sauberes Wasser kann ich hier herpumpen kein Problem das pumpe ich aus dem Untergrund aber Kohle ähm Kohle müsste ich wahrscheinlich wieder mit einem Replikator machen also jetzt kann der überhaupt Kohle herstellen nein der kann gar keine Kohle herstellen das wird ja witzig das wird witzig Leute ich muss tatsächlich irgendwie Kohle ranschaffen wir wandeln hier mit total krass mit Kuckereien das Zeug um oder wir müssen sehen wie der Pfeffer wächst weil hier gibt es auch gar keine Kohle also müssen wir Holz umwandeln um Kohle zu kriegen ähm ist aber kein Problem können wir machen die Sache ist nur Leute ähm daraus kriegen wir dann Carbon hier können wir übrigens auch Lötplatten herstellen interessant ne die werden in so einer Maschinerie gebastelt hier die könnte ich machen Zinn und Blei da könnte man dann Lötplatten herstellen die müssen wir nämlich auch noch machen mh aber ja durch was das Carbon wir haben dann irgendwann das Carbon ja und aus den Carbon können wir dann glaube ich Silizium Waffeln schneiden voraus jetzt man kann sie jetzt auch schon herstellen ich glaub nämlich nicht da müssen wir auch noch das erforschen so wir haben die Elektrolyse fertig das ist cool erforscht benötigt Chemie ok da haben wir das jetzt erforscht und bringt uns das jetzt irgendwie weiter Bobs Flüssigkeiten nö Wasserelektrolyse ist ja immer trotzdem genau Wasserelektrolyse haben wir gemacht gehabt hm was war denn das um an dieses Chloridscheiß zu kommen ich hab keine Ahnung und dann muss ich noch irgendwas forschen für die Waffeln für die gar köstlichen Silizium Waffeln das hier alles zu finden ist echt unvorstellbar da können wir uns irgendwann Kohle machen nein geht nicht ok ja Kohleverarbeitung kann man auch noch richtig schön hochdrücken nachher das ist auch ziemlich cool das halt für die Guckereien damit die besser und effizienter arbeiten hä ich hab keine Ahnung Kunststoffstang ist es nicht wir haben so viel Zeug hat doch ich glaub ich glaub das müssten wir echt noch erforschen das hier Elektrolyse 2 das sieht schon so ein bisschen so aus Salzwasserelektrolyse weil es kann sein dass wir das mit Salzwasser gemacht haben also Elektrolyse war es auf jeden Fall ich glaub das muss ich noch erforschen dann kriegt man vielleicht irgendwann mal unsere Eisenchloridlösung hin irgendwann kriegt man es vielleicht mal hin wenn ich jetzt hier mal reinschaue benötigt für Aluminiumverarbeitung Elektrolyse 3 und Chemieverarbeitung 3 Eisenchloridlösung da haben wir es genau da müssen wir nämlich Chemie äh Chemiekeienverarbeitung 2 dann haben das heißt wir brauchen das und dann das oh sehr schön dann haben wir wenigstens ein Ding schon mal weniger ah genau 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 und dann benötigt für Siliziumverarbeitung und wenn ich die Siliziumverarbeitung habe dann kann ich nämlich diese komischen Stäbchen herstellen ja da brauche ich aber noch Carbon Calciumchlorid und ich brauche noch Quarz also müssen wir noch suchen wo wir Quarz herkriegen und wenn ich dann diese Stäbchen hier habe die Siliziumplatte die aussieht wie ein Stab dann kann ich daraus nämlich Siliziumwaffeln herstellen und dann haben wir sie endlich ach Leute ich weiß nicht ob ihr das Old Bull Together mit Faktorio da gesehen habt da habt ihr ja gesehen was wir da rumhantieren mussten damit das irgendwann endlich mal läuft und jetzt habe ich das gleiche Problem hier auch und das alles nur für die Wissenschaftspakete boah das ist schon krass aber daraus wenn wir einmal diese ich nenne sie mal Superschaltkreise die hier waren die wenn wir einmal die Superschaltkreise haben dann können wir daraus echt jeden Scheiß basteln und das ist schon mal dann doch ganz gut gut dann würde ich sagen ich war der Tenchi hier von The Loops Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dann Tschüssi Juuu